Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Frankfurt am Main. Das im Jahr 1995 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragen-Parkplatz. Die Wohnfläche der Terrassenwohnung liegt bei ca. 110 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 310.000 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben.